ja und damit ein ganz herzliches willkommen hier zum neuen transport fever projekt ich hoffe ihr habt gut hierher gefunden und wir werden einige stunden zusammen miteinander verbringen denn ich werde zusammen mit einem kollegen großraum köln bis bonn siegburg nachbauen und es wird jetzt parallel zum rhein-ruhr-projekt laufen und ich freue mich jetzt schon riesig auf dieses projekt hier möchte ich euch in diesem video ein paar kleine infos über die map zeigen denn die wurde mir gestern zugeschickt und ich habe schon ein paar sachen angelegt und ich möchte euch einfach mal ein paar grundlegende informationen über dieses projekt geben ja die kartengröße ist ziemlich groß und zwar weiß nicht ob jemand die begriffe 5k und 6k was sagt es wäre größenwahnsinnig und groß also zwischen diesen beiden kategorien sind wir also ich wie gesagt dieses groß ist 5k und größenwahnsinnig ist 6k und wir sind genau mittendrin wir haben fünfeinhalb k das kam einfach dadurch weil wir gesagt haben wir möchten das verhältnis zwischen realität und transport fever so hoch wie möglich halten und das ist hier ziemlich gut gelungen denn die map hat ein verhältnis von 1 zu an 1,2 das heißt was in der realität was ich 200 meter ist ist halt in transport fever kleiner oder was im transport fever 200 meter ist ist in echt 1,2 mal so groß damit können wir uns abfinden denn so viel verluste machen wir dort nicht so wie auf der ruhrgebiet die 1 zu 2 1 halb oder 1 zu 3 ist ja hier seht ihr schon mal köln-deutz ich habe mir ein satellitenbild von google maps geholt wer da noch ein paar informationen für mich hat wie ich das ganze denn schärfer machen kann weil ich erkenne hier überhaupt gar nichts vor allem wenn ich ranzoomen kommt der shader das ist ein bisschen arg blöd ja aber man kann es grob erkennen ich habe die schienen etwas mal so gelegt hier ist köln hauptbahnhof hier haben wir köln messe deutsch das ist das messegelände hier haben wir den abstellbereich deutsch hier haben wir den abstellbereich ehrenfeld und mein hauptziel für die nächsten wochen ist es mal zwischen anschlussstelle köln ehrenfeld über hauptbahnhof köln messe deutsch mal dieses diesen triangel hier noch zu machen und dann die map erstmal dem kollegen übergeben der sich dann mal um die um die stadt kümmert denn ich möchte jetzt nicht wie beim rhein-ruhr-projekt erstmal komplett alle schienen legen sondern wir werden uns logischerweise abwechseln er hat jetzt die nächsten zwei wochen keine zeit weil er einen austauschschüler bei sich zu hause hat deshalb habe ich diese map erstmal zwei wochen für mich so sieht das ganze nämlich aus und falls euch wundert der rhein stimmt nicht ganz also nicht hundertprozentig aber da können wir drüber hinweg sehen hier wo es wichtig ist in köln passt ob der jetzt hier ein paar meter weiter unten liegt das ist mir jetzt völlig egal was ich auch noch machen werde ihr seht hier den eigentlichen verlauf des reins das heißt die map hat den etwas zu klein generiert ich werde den mit snowballs mod noch vergrößern damit wir hier schön unsere hohen soll und brücke reinsetzen können die habe ich auch schon skaliert und die passt dann genau hier rein ja so kurz vor euch zur info ich möchte gern dieses projekt ausschließlich offline erstellen was heißt offline gut offline ist nicht ist nicht der richtige begriff sondern ihr werdet timelapse in form von youtube videos sehen und möchte mich so wie ich schon mal angekündigt habe bei der rhein-ruhr-map wirklich ausschließlich auf die live streams heransetzen also bislang habe ich ja auch die rhein-ruhr-karte offline gespielt das heißt wenn kein live stream ist und ich habe abends zeit wo ging ich da hin nein ab jetzt werden die projekte gleichzeitig laufen als live stream rhein-ruhr und als youtube projekt köln bloß dass ihr da mal bescheid wissen wie gesagt falls jemand tipps hat wie ich diese map detaillierter hinbekommen kann mich gerne irgendwo anschreiben weil ich kriegs nicht geschissen ja also wie gesagt unsere karte beginnt hier im linken oberen eck eigentlich bei köln und wir haben dann hier noch köln mühlheim drauf und haben hier noch die anschlussstelle wo es dann später weitergeht Richtung düsseldorf und da kann man dann wenn beide maps wirklich fertig sind wunderschöne filmchen machen weil dann kann man auf der einen map aufhören kann dann einen kleinen schnitt machen und dann geht es auf dieser map weiter die ja ein bisschen detaillierter sein wird vor allem weil wir größere schienen strecken haben vor allem auch wegen dem verhältnis das freut mich wirklich sehr weil dann kann der ic auch wirklich mal mehrere minuten lang seine 200 fahren und ist nicht erst bei 200 angekommen muss dann schon wieder abgangs weil der nächste bahnhof kommt darauf freue ich mich wirklich am meisten ja wie gesagt köln mühlheim ist noch drauf dann haben wir hier oben den s-bahn abzweig longerich auf der linken seite ist hier glaubt da dankersdorf oder angersdorf irgendwie sowas ähm kurz vor dem abzweig pulheim den haben wir leider nicht mehr drauf gemacht weil sonst hätten wir 6k nehmen müssen und das wollten wir einfach nicht ja dann haben wir hier die ähm linke reinseite quatsch wir haben hier die rechte reinseite ähm natürlich mit dem köln bonn airport und ich habe anfangs gedacht okay wir machen wir hören jetzt hier bei köln bonn airport auf aber da ja einige ic-e-linien bis bonn siegburg fahren und vor allem auch eine s-bahn-linie bis treusdorf oder zwei sogar habe ich mir gesagt okay wir machen die map größer weil anfangs war geplant 4k jetzt haben wir fünfeinhalb ähm wir gehen bis siegburg weil in siegburg halten fernzüge dann haben wir wirklich einen runden abschluss zwischen köln und siegburg so war unsere gedanke dann haben wir natürlich auch die linke reinseite da kann ich aber nicht wirklich sagen wo die lang läuft weil damit habe ich mich noch nicht befasst moment die läuft hier zack 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 gut das hier ist die linke reinseite geht bei brühl vorbei genau und dann geht es hier unten nach bonn auf jeden fall werden wir den größten teil in köln verbringen weil da wirklich sehr viele schienenwege sind und ihr werdet wenn ich dran bin logischerweise dann teilweise timelapse sehen vom bau und wenn der kollege dran ist wird denke ich mal einmal die woche ein übersichtsvideo geben wie weit denn die map ist wir werden dauerhaft in kontakt und im austausch der map sein wir haben einige mods reingeladen die wichtigsten also was heißt die wichtigsten mit rollmaterial sind es schon 300 ich habe mir die letzten tage die signale selber gescriptet die wir dort brauchen denn logischerweise der standard bleibt natürlich hoch das heißt gleisgeschwindigkeiten sind so wie im original signale sind größtenteils wenn es die gibt wie im original das heißt ich habe mir selber aus irgendwelchen mods die signale selber her gescriptet aber das sollte eigentlich kein problem sein es muss halt wirklich für mich ein hoher standard sein also so wie ich gerade die rheinruhmap umbau so wird die köln map auf jeden fall auch worauf ich mich wirklich freue ist hauptbahnhof und messe deutz weil messe deutz hat ja auch noch gleis 11 12 das dann hier unten lang geht das wird wirklich wirklich sehr interessant werden und ich denke allein zwischen anschluss der anschlussstelle ehrenfeld bis mühlheim und hier unten also seid mir nicht böse aber 100 stunden sind es mindestens also wirklich mit dem standard was ich habe sind es 100 stunden wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt das wird einiges gut das war es eigentlich schon mit dem info video ich hoffe ihr schaltet bei der ersten folge ein und ich würde mich über jegliche informationen also falls ihr aus köln kommt könnt ihr jederzeit in die kommentare unten reinschreiben wir schauen alles an und wir werden auch alles berücksichtigen falls euch mal irgendwie beim bau mal was auffällt dann werden wir das wie gesagt auf jeden fall berücksichtigen ansonsten wünsche ich noch einen schönen tag und wir sehen uns in der ersten folge des köln projektes wieder und macht's gut bis dann ciao